Die American Express Platinum Kreditkarte. Berühmt, berüchtigt, geliebt und gehasst. In diesem Guide erfährst du alles, was du zur privaten American Express Platinum in Österreich und Deutschland wissen musst. Mein Ziel ist es, dass du nach dieser Videoserie alle Vor- und Nachteile der Karte kennst und eine informierte Entscheidung treffen kannst, ob die American Express Platinum Karte die richtige für dich ist. Also bleib dran, nach dem Intro geht's los. Oh yeah, 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 yeah. Hallo, hier ist Kevin von Points Travel Tech. Sowohl in Deutschland und Österreich hat sich das Angebot der Amex Platinum im letzten Jahr verändert und aus meiner Sicht verbessert. Weitere Änderungen sind jederzeit möglich. Diese Videos sind auf dem Stand von April 2023. Sollten sich in Zukunft weitere Neuerungen ergeben, werde ich sie als gepinntes Kommentar nachreichen. Ich werde diesen Guide auf drei Videos aufteilen. In diesem Video, Teil 1, widme ich mich den Kosten und den vielen kostensenkenden Benefits. In Teil 2 zeige ich dir alle Vorteile, die du mit der Karte am Flughafen hast. Und im dritten und letzten Teil gehe ich auf das Membership Rewards Programm ein, wie du Punkte sammeln kannst und ich versuche dir Basic Strategien auf den Weg zu geben, um die Punkte optimal auch wieder einzulösen. Denn an das Einlösen wird häufig viel zu spät gedacht. Lass uns also mit der Jahresgebühr loslegen. In Österreich kostet die Karte 660 Euro im Jahr. Diese Gebühr wird mit 53 Euro im Monat vom Konto abgezogen. In Deutschland beträgt die Jahresgebühr 720 Euro, aufgesplittet auf 60 Euro im Monat. Beide Karten sind aus Metall. Man hat in beiden Ländern die Möglichkeit, eine kostenlose Platin- und Partnerkarte für seinen Player 2 zu bestellen. Die Partnerkarte wird über das Konto des Hauptkartenbesitzers abgerechnet. Außerdem erhält man in beiden Ländern kostenlos einen Priority Pass Prestige, solange man Amex Platinum-Kunde ist. Dieser gewährt unbegrenzten Lounge-Zugang für zwei Personen in über 1200 Flughafen-Lounges weltweit. Wenn dein Player 2 die Partnerkarte erhält, steht auch dieser Person ein eigener Priority Pass zur Verfügung. Somit können bis zu vier Personen kostenlos die Priority Pass Partnerlounges besuchen. Neben dem Priority Pass ermöglicht die Platinum-Karte auch Zugang zu einigen Lounges, wie denen von Lufthansa und den Centurion-Lounges. Das erkläre ich im zweiten Video der Serie nochmal genauer. Platinum-Kunden erhalten Zugriff zu den American Express Fine Hotels & Resorts, eine eigene Buchungsplattform für Hotels mit Vorteilen wie Frühstück für zwei, Upgrades, Late Checkout und so weiter. Amex Platinum-Kunden in Deutschland und Österreich sammeln mit jedem Euro Umsatz einen Membership Rewards-Punkt, also Punkte im hauseigenen Bonus-Programm. Das Programm erläutere ich im dritten Video genauer, inklusive des Punkte-Turbos und wie man die Punkte einlöst. Das waren die Gemeinsamkeiten der beiden Länder. Zu den eben genannten Vorteilen kommen in Österreich noch folgende dazu. Ein 360 Euro Gourmet und ein 180 Euro Entertainment-Guthaben. Für Golfer interessant ist die kostenlose Leading Golf Card, die sechs Green Fees im Jahr an ausgewählten österreichischen Golfplätzen beinhaltet. Als Premium-Reise-Kreditkarte erhält man mit der Amex Platinum auch einige Hotel- und Mietwagen-Status. In Österreich sind das der Gold-Status bei Hilton Honors, Gold-Status bei Marriott Bonvoy, Premium-Status bei Radisson Rewards, Gold-Status bei Melia Rewards, Platinum-Status bei Discovery Hotels, Platinum-Status bei Six und Five-Star-Status bei Hertz. Die Hotel-Status ermöglichen unterschiedliche Vorteile, wie kostenlose Upgrades, Gratis-Frühstück, Late-Checkout, erhöhte Punkte-Gutschriften und so weiter. Die einzelnen Vorteile findest du beim jeweiligen Hotelpartner. Beim Mietwagen erhält man in der Regel Upgrades oder leicht vergünstigte Konditionen. Die Versicherungsleistungen der Amex Platinum sind vielfältig und sollten von jedem selbst durchgestöbert werden, da die Prioritäten von Person zu Person unterschiedlich sind. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass die meisten Leistungen nur greifen, wenn mit der Platinum-Karte auch bezahlt wurde. Als kleines Zuckerl gewährt die Platinum auch Zugang zur Fastlane bei der Sicherheitskontrolle am Wiener Flughafen. Zu guter Letzt möchte ich noch anmerken, dass die American Express-Karten in Österreich weder Apple noch Google Pay unterstützen. Die Karten können aber bei Paypal hinterlegt und als Zahlungsmittel bei vielen Online-Händern eingesetzt werden. Hierbei werden auch Membership-Rewards-Punkte generiert und die Versicherungsleistungen greifen ebenfalls. Außerhalb der Eurozone werden 2% Fremdwährungsgebühr erhoben. Inhaber der Platinum-Partnerkarte erhalten ebenfalls den Priority Pass, FastTrack in Wien und alle Hotel- und Mietwagenstatus. Sie erhalten aber nicht die Guthaben oder die Leading-Golf-Card. Das deutsche Pendant der Karte bietet folgende Guthaben. 150 Euro Gourmet, 120 Euro Entertainment, 200 Euro Reise, 200 Euro Sixth Ride und 90 Euro Shopping-Guthaben. In Deutschland gibt es keine kostenlose Golf-Card, man erhält jedoch eine Ermäßigung für die Golf-Fee-Card. Wenn du mehr darüber erfahren willst, folge in dem Link unten in der Beschreibung. Die Status unterscheiden sich geringfügig zu Österreich und sind wie folgt. Gold-Status bei Hilton Honors, Gold-Status bei Marriott Bonvoy, Premium-Status bei Radisson Rewards, Gold-Status bei Melia Rewards, Platinum-Status bei Sixt, Five-Star-Status bei Hertz und Presidents Club-Status bei Avis. Die Versicherungen sind sehr ähnlich zu Österreich und auch hier gilt, dass sie meistens nur greifen, wenn mit der Platinum-Karte bezahlt wurde. Nicht offiziell ein Benefit, aber mit der deutschen Platinum erhält man ebenfalls Zugang zum Fast-Track am Wiener Flughafen. Deutsche Kunden können ihre Amex-Platinum mit Apple und Google Pay verwenden. PayPal wird ebenfalls unterstützt und auch die 2%ige Fremdwährungsgebühr wird bei dieser Karte aufgepumpt. Zusätzlich erhalten sie in der App regelmäßig Amex-Offers. Diese sind zeitlich begrenzte Angebote bei Partnern, die nach Aktivierung mit einer Zahlung via der Platinum-Karte eingelöst werden können. Zum Beispiel erhalte 50 Euro Retour bei deiner nächsten Buchung bei Hilton. Die Regelungen der Partnerkarte sind gleich wie in Österreich. Priority Pass und Status ja, gut haben nein. Wenn dir das Video bis jetzt gefällt, tu mir den Gefallen, drücke bitte auf den Like-Button und abonniere den Kanal. Es steckt viel Passion und Freizeit in diesem Projekt und ich möchte dir helfen. Und du kannst mit zwei Klicks mir helfen. Vielen Dank! Jetzt habe ich die wichtigsten Benefits aufgelistet. Wie wirken sie sich auf die tatsächlichen jährlichen Kosten der Karte aus? Wenn man alle Guthaben nützen kann, reduziert sich die Jahresgebühr um einiges. In Österreich sollte das Gourmet- und Entertainment-Guthaben sehr einfach einzusetzen sein. In Summe sind sie 540 Euro wert. Das ergibt eine effektive Jahresgebühr von 96 Euro. Teilt man sich die Gebühr mit seinem Player 2, der die Partnerkarte bekommt, sind es nur noch 48 Euro im Jahr. Je nach Reiseverhalten können die Lounge-Besuche und Status auch noch einiges an Geld sparen, so dass man theoretisch ins Plus kommen könnte. Dies ist aber sehr individuell. Ein Priority Pass würde normalerweise 395 Euro kosten. Bei einem niedrig angesetzten Preis von 25 Euro pro Lounge-Besuch muss man 16 Besuche verbuchen, um kostendeckend zu sein. Bei Hotel- und Mietwagen-Status wird es noch schwieriger, den tatsächlichen Gegenwert zu errechnen. Hervorheben möchte ich hier den Hilton Honors-Status, der kostenloses Frühstück für zwei Personen bei Aufenthalten außerhalb der USA ermöglicht. Dieser Benefit kann zwischen 20 und 100 Euro pro Nacht sparen. Für ganz genaue Infos bezüglich Hilton Honors empfehle ich dir nachher, meinen Ultimate Hilton Honors Guide anzusehen. Den Link dazu findest du unter dem Like-Button. Golfer können sich mit der Leading Golf Card noch einiges an Geld sparen. Deutsche Kunden müssen anfangs tiefer in die Tasche greifen bei der 720 Euro teuren Jahresgebühr. Die Summe der Gutschriften ergibt jedoch 760 Euro, so dass man von Amex im Endeffekt 40 Euro erhält, wenn man alle Guthaben im Jahr erfolgreich ausgeben kann. Die weiteren finanziellen Vorteile sind wie in Österreich sehr individuell zu berechnen. Zusammenfassend kann man jedoch sagen, dass man sich nicht von der hohen Gebühr abschrecken lassen muss. Wer in die Zielgruppe passt und abschätzen kann, alle Guthaben einzulösen, steigt unterm Strich ganz gut aus. Die Benefits habe ich dir nun vorgestellt. Jetzt erkläre ich dir, wie du alles einlöst oder aktivierst. Wir starten wieder mit Österreich. Das 360 Euro Gourmet-Guthaben ist einfach zu verwenden. Zunächst muss man das Guthaben aktivieren. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Anschließend muss man einfach in teilnehmenden Restaurants mit der Amex Platinum zahlen und erhält nach wenigen Tagen die Gutschrift. Hierbei können im Jahr 180 Euro für Restaurantbesuche in Österreich und 180 Euro in Restaurants im Ausland rückerstattet werden. Es muss nicht die volle Summe auf einmal ausgegeben werden. Man kann auch beispielsweise dreimal um 60 Euro in Österreich essen gehen. Die Webseite mit den teilnehmenden Restaurants findest du unten in der Videobeschreibung. Das Entertainment-Guthaben wird auf 15 Euro im Monat aufgesplittet. Auch dieses Guthaben muss zunächst aktiviert werden. Link unten in der Beschreibung. Es werden Netflix, Amazon Prime Video, Kindle, Amazon Music und Audible unterstützt. Wenn die monatlichen Kosten direkt mit der Platinum beglichen wurden, wichtig, nicht mit PayPal oder anderen Mitteln, werden bis zu 15 Euro rückerstattet. Was leider nicht funktioniert, ist die Amazon Prime Mitgliedschaft, bei der Prime Video schon inkludiert ist. Amex rundet leider ab, wenn die Summe 15 Euro nicht übersteigt. Kostet die Mitgliedschaft 11,99 Euro, werden nur 11 Euro rückerstattet. Die Guthaben gelten innerhalb eines Kalenderjahres. Nicht verbrauchtes Guthaben wird nicht im nächsten Jahr weitergeführt. Es gilt also, use it or lose it. Den Priority Pass, die Leading Golf Card, die Partnerkarten und alle Status kann man via der Amex Experiences App aktivieren. Also empfehle ich dir, nach der erfolgreichen Beantragung, die App gleich herunterzuladen. Link wie immer unten. In Deutschland muss das 150 Euro Gourmetguthaben in den Amex Offers, welches man in der Amex App findet, aktiviert werden. Die Gutschrift funktioniert in teilnehmenden Restaurants weltweit. Einfach mit der Amex bezahlen und bis zu 150 Euro Retour erhalten. Die Liste der Restaurants findest du, wie immer, in der Videobeschreibung. Das Entertainment Guthaben, welches auf 10 Euro im Monat begrenzt ist, kann für Netflix, Amazon Prime Video, Kindle, Audible, Amazon Music und Wow verwendet werden. Die Services müssen direkt mit der Amex gezahlt und das Guthaben muss via dem Link in der Beschreibung aktiviert werden. Das 200 Euro Reiseguthaben muss beim Reiseportal von Amex eingelöst werden. Der Link dazu ist ebenfalls unten in der Beschreibung. Hier können Flüge, Hotels oder Mietwagen gebucht werden. Das Reiseguthaben wird hier direkt vom Preis abgezogen. Einen kleinen Haken hat die Sache. Wenn man beispielsweise ein Hilton Hotel hier bucht, gelten die Benefits vom Hilton Gold Status nicht, weil du über einen Drittanbieter, in diesem Fall American Express, gebucht hast. Dies gilt für alle Hotelketten. Die 200 Euro bei Sixth Ride werden auf 10 mal 20 Euro Fahrten aufgeteilt. Pro Fahrt kann also nicht mehr als 20 Euro gespart bzw. rückgestattet werden. Außerdem dürfen nur zwei der zehn Fahrten in Form von einer Taxifahrt sein. Die restlichen acht Fahrten müssen einer vorab reservierten Chauffeursfahrt entsprechen. Zum Beispiel eine im Voraus gebuchte Fahrt zum Flughafen. Das 90 Euro Shoppingguthaben kann ausschließlich bei Mr. Porter oder Netter Porter eingelöst werden. Zusätzlich wird es auf zwei Auszahlungen von jeweils 45 Euro aufgeteilt. Die erste Hälfte muss im ersten Halbjahr, die zweiten 45 Euro im zweiten Halbjahr eingelöst werden. Das Guthaben muss ebenfalls zuerst in den Office aktiviert werden. Kauft man ein Produkt um 40 Euro, wird der 5 Euro Versand ebenfalls rückgestattet. Man muss also durchaus ein bisschen Arbeit hineinstecken, um alle Gutschriften zu erhalten. Und darauf achten, dass man den Überblick über das Jahr verteilt behält. Wie auch in Österreich können die Status der Priority Pass und die Partnerkarte über die Amex Experiences App aktiviert werden. Aber noch besser geht es über den Link amex.de slash platinum-starter. Die Amex Offers werden in der amex.de App angezeigt und können dort auch aktiviert werden. Solltest du Interesse an einer Amex Platinum haben, findest du in der Videobeschreibung Werbe- bzw. Affiliate-Links für die Karten in Österreich und Deutschland. Im Laufe des Jahres gibt es immer wieder Angebote mit erhöhtem Willkommensbonus. Wenn du unsicher bist, ob das derzeitige Angebot gut ist, dann kontaktiere mich am besten via Instagram at pointstraveltechaustria. Du bekommst garantiert eine Antwort von mir. Sollte Teil 2 schon online sein, siehst du das Video bereits hier angezeigt. Wenn nicht, dann like dieses Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um informiert zu werden, wenn das nächste Video online geht. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Teil. Ciao.